Moin Leute, heute zeige ich euch, wie ihr für die Fischer Prüfung komplett perfekt vorbereitet seid und sie mit Sicherheit besteht. Im Voraus möchte ich dazu sagen, dass ihr auf gar keinen Fall für die Prüfung Geld ausgeben solltet, außer für die Prüfung selbst, die an sich 50 Euro kostet. Wenn ihr sie verkackt, müsst ihr nochmal 50 Euro draufzahlen. Das heißt, ihr kauft euch bitte als erstes mal auf gar keinen Fall Bücher, weil das ist absolut unsinnvoll. Ich werde euch jetzt erstmal zeigen, was ich dazu benutzt habe, um diese Fischer Prüfung zu bestehen. Ich habe den First Try geschafft und zwar habe ich es geschafft, einmal 50 Euro zu zahlen und direkt zu bestehen. Mit 54 von 60 Punkten und das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis, wo man sich mit zufrieden geben kann. So, ich zeige euch jetzt mal, was ich fürs Üben verwendet habe. Ich blende euch da so ein paar Apps, so ein paar Zettel ein, damit ihr üben könnt. Wie gesagt, bitte gebt nicht für unnötige Apps Geld aus oder Bücher. Aber es ist alles kostenlos, was ich in diesem Video zeige und ich habe auch für nichts bezahlt, wo ich für die Prüfung gelernt habe, außer für die Prüfung selber. Auf jeden Fall möchte ich nochmal da ganz klar dazu sagen, dieses Video enthält alle Informationen für der Fischer Prüfung. Das heißt, dieses Video sollte reichen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, tut es schon mal in die Kommentare reinknallen. Ich werde sie euch vielleicht beantworten, wenn ich sie beantworten kann. Dazu möchte ich kein Head aussprechen, aber hier diese Fishing King App oder sowas oder Fishing King Videos für Lernen ist allgemein richtig scheiße. Tut mir leid, das so zu sagen, aber das Video klärt euch komplett auf. Für den Anfang lasst gerne mal ein Abo und ein Like da und wie gesagt, schreibt mir eure Fragen in die Kommentare. Ich zeige jetzt euch erstmal, wie ich gelernt habe. So, jetzt zeige ich euch ein Video, was ich auf dem Handy aufgenommen habe, aber keine Audio dabei hatte. Diese App habe ich benutzt und zwar genau diese hier. Downloadet die euch, die ist komplett kostenfrei. Die ist sehr gut und beinhaltet fast alle Fragen der Fischer Prüfung. Nicht alle anderen bezahlt auf gar keinen Fall Geld, sondern diese. Die ist sehr, sehr gut und wurde auch sehr, sehr gut bewertet. Die wurde mit einer 4,9 Sterne Bewertung bewertet, was mich auch dazu gebracht hat, diese zu installieren. Und wie man schon an den Bildern daran sieht, es kommen einfache Fragen und ihr klickt eine Frage an. Ihr könnt dadurch aber nicht zurückgehen, das heißt, wenn ihr sie angeklickt habt, ist es richtig oder falsch. Ihr könnt nicht nochmal zurückgehen. Das finde ich aber auch gut so, damit ihr gleich wisst, ob es richtig oder falsch ist und ihr könnt lernen. Stellt euch vor, ihr seid in der Schule, wenn ihr so minderjährig wie ich seid und macht das schon mit 14. Und macht es mal die Pause 5 Minuten. Glaubt mir, das läppert sich so zusammen und ihr baut euer Wissen immer mehr auf. Es ist nicht schlimm, wenn ihr von 1600 Fragen ein paar nicht wisst, ist nicht schlimm. Aber ihr solltet ziemlich genau alle wissen. So, man kann nie zu früh anfangen, will ich jetzt nochmal ganz klar sagen. Wenn ihr wisst, dass ihr in 3 Monaten die Fischerprüfung schreibt, dann fangt wirklich punktgenau in 3 Monaten an. Oder am besten schon früher. Und macht nicht kurz vor der Angst alles, weil dann wäre es schade für die 50 Euro. Das finde ich auch übrigens gut als Anreiz, dass wenn man die verkackt nochmal 50 Euro zahlen muss. Deswegen übt mit dieser Fischer Prüfungsangelschein App. Die ist sehr, sehr gut für Android und iOS. Komplett kostenfrei. Ohne Werbung, ohne irgendeinen Dreck. Da gibt es auch Prüfungen. Die sind aber nicht so gut wie die, die ich am Ende des Videos zeigen werde. Aber die könnt ihr auch machen. Wie gesagt, lernt da richtig viel. Das ist wirklich die beste App. Ich hatte ein Praktikum und habe in der Pause vom Praktikum gelernt, weil meine Fischerprüfung verschoben wurde. Damit müsst ihr übrigens auch rechnen. Und ich habe wirklich alles durch diese App gelernt. So gut wie alles. Es ist natürlich nicht alles, alles da drin. Ich glaube es sind 1300 Fragen und es gibt insgesamt 1600. Aber wirklich, das ist allgemein für den Fischerschein richtig viel. Ehre übrigens, wer das programmiert hat. Das ist perfekt. Also, das hier installieren. Und dann seid ihr schon gut dabei. Picture-Fisch. Das ist eher, wenn ihr die Prüfung bestanden habt oder nicht wisst, was für ein Fisch das ist. Ihr müsst einfach nur diese Vierecke, ich kann es mal zeigen, auf den Fisch draufhalten. Und der wird dann relativ schnell erkannt. Darf natürlich nicht verwischt sein oder sonst was. Aber wenn ihr zum Beispiel mal bei der Übungsprüfung nicht wisst, was das für ein Fisch ist, könnt ihr ruhig abfotografieren. Übrigens, diese App nicht kaufen. Nochmal ganz deutlich. Nur das kostenlose nehmen. Ihr müsst keinen Cent dafür ausgeben. Daher haltet ihr einfach den Fisch drauf. Und dann wird der gescannt. Ich hatte jetzt keinen Fisch zu Hause, ist ja klar. Aber so einfach geht das. Wie gesagt, diese App ist sehr, sehr wichtig. Nochmal hier. Ihr müsst einfach Fischerprüfung Bayern eingeben und dann kommt das da. Nicht alle anderen. Die kosten nämlich alle Geld. Auch wenn sie kostenlos aussehen. Hier 12 Euro, macht das auf gar keinen Fall. Nur die da. Die ist wirklich Basing. So, jetzt seht ihr mal meinen gesamten Bildschirm. Ich habe mir extra hier einen Ordner für Angeln angelegt, den ich vorher noch zufälligerweise gefunden habe. Und das ist ganz wichtig. Tut alle eure Daten hier reinschreiben. Alles, was ihr von der Fischerschule bekommt, alles reinschreiben. Ganz wichtig, damit ihr alles schwarz auf weiß habt und immer wisst, welcher Anmeldungscode, wie, wo, was. Ganz wichtig. Bilder. Ist auch ganz wichtig, fotografiert eure Sachen nochmal ab. Und markiert euch den Ort und alles. Das hier ist ein Knoten, den ihr für den Anfang braucht. Das ist eigentlich nicht so wichtig für die Fischerprüfung. Aber wenn ihr die bestanden habt, ist das ein sehr, sehr guter Knoten. Der reicht erstmal für die ersten paar Jahre. Genau. Ah ja, hier. Das ist das, was ich eigentlich suchen wollte. Das, ihr könnt euch gerne jetzt mal ein Screenshot machen. Das ist ganz wichtig. Screenshot oder sonst was. Ich kann jetzt mal hier ausblenden. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Mach mal komplett groß. So, das hier. Das bitte einmal. Ich mach auch die Maus weg. Screenshoten, weil das ist auch Teil, um zu lernen. Das sind nämlich die Schonzeiten von Fischen, Krebsen, Neun Augen, sonst was. Die auch lernen. Zwar kommen nicht alle dran, aber in meiner Prüfung kamen mir zu drei Schonzeiten dran. Und dann ist es schon ganz gut zu wissen, wann und wo ihr die fangen dürft. Auch wichtig, wenn ihr die Prüfung bestanden habt. Nicht, dass euer Fischerschein euch beim ersten Tag entnommen wird. Das wäre nicht so schmackhaft. Wie gesagt, die mal ungefähr lernen. Also das heißt ungefähr schon ziemlich genau. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig für den Test. Das beinhaltet nämlich, manche davon beinhaltet auch die Fischer-App. Aber das ist wirklich schon ziemlich, ziemlich wichtig. Deswegen einmal abscreenshotten. Das ist ziemlich wichtig. So. Das hier ist die Fischer-Prüfung, so wie ich sie geschrieben habe. Und zwar, gebt ihr Bayern Fischer-Prüfung ein. Ich habe leider kein Ü auf meiner Tastatur, deswegen muss ich das so machen. Geht auf stattliche Fischer-Prüfung Bayern online. Genau diese hier. So, wir klicken jetzt mal drauf. Ihr seht, hier könnt ihr übrigens eure Prüfung schon aussuchen. Wir gehen jetzt erstmal auf Prüfung. Hier seht ihr es schon. Hier wird auch alles extra beschrieben. Prüfung suchen. Übungsprüfung. Prüfung suchen, habe ich meine Prüfung geschrieben und besucht. Also, wenn ihr noch nicht wisst, wo ihr eure Prüfung schreiben sollt, dann guckt auf jeden Fall mal vorbei. Wir klicken aber auf Übungsprüfung, um den richtigen Test zu starten. Übungsprüfung starten. Jetzt gebt ihr diesen Code hier ein. Das ist immer derselbe. Das sind 6 mal die 0 oder sowas. Und drückt jetzt anmelden. Jetzt beginnt schon der Test. Das ist aber nur eine Übungsprüfung. Und jetzt ganz genau zuhören. Dieser Test, so wie er hier vorkommt, genauso, außer wie gesagt diese Tabs da oben, genauso wird er in der Fischerprüfung stattfinden. Nicht anders. Genau so. Zumindest in Bayern. Genau so wird dieser Test stattfinden. Und ich würde euch wirklich empfehlen, in Bayern diese Fischerprüfung zu schreiben, weil es deutschlandweit dann euer Angelschein geht und whatever. Wie gesagt, diese Fischerprüfung habe ich genauso geschrieben. Die ist 1 zu 1 gleich. Wenn ihr zum Beispiel die jetzt falsch geklickt habt, dann müsst ihr zum Beispiel, oder wenn ihr euch hier nicht sicher seid, welcher Fisch das ist und irgendwas anklickt und auf einmal bei der 18. Frage, oh, ich weiß jetzt die erste Frage. Dann geht ihr einfach wieder hier hin und könnt hier wechseln. Ihr könnt überall hin und erst wenn ihr euch wirklich sicher seid, dass ihr alle Fragen richtig habt, dann klickt ihr auf Prüfung beenden. Nur ein kleiner Tipp. Meistens, wenn ihr nicht wisst, die Antwort ist immer der längste Text der richtige. War zum Beispiel bei mir so. Zum Beispiel wäre das jetzt hier der, wenn ihr es nicht wisst, die befallenen Tiere sind als Laichfische zu bevorzugen. Nein, das ist... Nee, warte mal. Egal, ich möchte euch nicht da verwirren. Wie gesagt, so könnt ihr es benutzen und so kommt genau diese Fischerprüfung da. Das sind genau dieselben Fragen. Macht das ruhig ein paar Mal, das ist sehr gut. Bevor ihr auch die richtige Fischerprüfung freischreibt, macht das auf jeden Fall. Das ist... Das war's mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wie gesagt, Fragen einfach an mich richten. So habe ich die Fischerprüfung sehr, sehr gut bestanden. Macht das einfach. Drei Monate davor am besten schon anfangen oder früher. Umso früher, umso besser. Und ich würde mich sehr über ein Abo und ein Like freuen. Ja, bis dann. alguma mal. Ja, bis dann. Ich herzlich. Bis dann. Ja, bis dann. Tschüss, irgendwie ließ Sie. Wenn du ψ halbieren.